Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Stardew Valley. Yippie! Ich freue mich, so ein kleines Entspannungslück in Stardew Valley noch. Ach, ich leise Fernseher. Woran merkt man, dass ich gerade eine neue Aufnahmesession begonnen habe? Ich nehme jetzt erstmal den Fernseher hoch. So, was haben wir einmal? Glück heute nicht auf unserer Live-Play-Ecke. Ja, komm mal hier in die Ecke. Ach geil, wenn wir noch den Riesen wären hier. Hallo! Unser Haus wird langsam ein bisschen voll, denn den Chair haben wir noch. So, die Marmelade ist fertig, das ist gut. Die Brille. Ich wollte ja ein bisschen mehr angeln gehen jetzt inzwischen. Die bringt ja nicht mal so die feinen Quatsch. Das kann ich nicht mal weg. So, die ganze Scheiße weg. Der ist fertig, das ist schön. Ich glaube, ich habe mich da hinten auch noch fertig. Wir können uns außerdem das Lava Katana holen. Das ist auch sehr gut. Das Leben brauchen wir für das Community Center. Wunderbar. Morgen. Morgen. Ja, Gerhard. Wunderschön. Ach, guck mal. Walter mag uns ein bisschen mehr. Dieter mag uns total. Und besser noch. Gerhard und natürlich Hans. Dahinter hat sie noch eins versteckt. So, 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 so. Ja, ja, ja. Ey, du mal hier. Ja. Die Pilze fleißig vor sich hin. Die waren doch gerade noch hier drüben. Mein Hund kann sich teleportieren. Äh, dann kannst du hier rein. Die hebe ich mal zum Verwahren hier drüben auf. Das ist eigentlich durch mit der Nautilus Scherbe. Ich weiß gar nicht, wie viel die einbringt. Aber ich habe jetzt mal einen gefunden. Das heißt, das wird lieber verwarrt. So. Können wir mal demnächst wieder anfangen, ein bisschen Ohre einzuschmelzen hier. Die können erstmal rüber. Und der auch. Hier. Ich will euch das abgeben. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, das ist schon mal gut. Das können wir echt mal gleich mal machen. Das spielt ja Waffen, okay. Äh, äh. Bum, 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 bum. Da muss ich nix. Was sagt denn meine Questlage gerade? Für Skull Cavern, jaaaa. Pump comes kann ich nicht. Ja, und den Rest muss ich über die Jahreszeit verteilt machen. Das funktioniert gerade nicht. Können wir es daran machen, Level 25 zu erreichen. Habe ich mein Angeln? Ja. Wir können angeln gehen. Warte. Warte. Ach ne, heute ist Mittwoch. Das ist zu. Schade. Wir können mal ein bisschen angeln. Das ist jetzt Lake, wa? Ja, geil. Mal schon trinken. Geht's sehr gut. Jetzt einen vernünftigen, den ich noch nicht habe. Fürs Community Center. Ein Purge. Ein Purge. Was brauche ich denn für hier Riverwandel? Das ist aber kein River, sondern ein Lake. Ein Surgeon und ein Lachmothbass. Ich weiß nicht, wie ich die kriegen soll. Ich weiß nicht, wie ich die kriegen soll. Ich finde die ja nicht mal irgendwie. Weil da sind diese super schweren, die ich einfach nicht angeln kann. Ja, noch ganz hab ich das Gefühl nicht drin, aber wird besser. Ein Purge. Wunderschön. Bringt doch auch nichts. Wir können gleich, ne. Mittwoch ist echt scheiße, dass es immer alles zu hat. Ach, Grünalge, f*** dich. Wir hatten gestern noch diesen Squid gefangen. Äh, Ocean. Und dieser Diener haben wir. Genau. Uns fehlt noch ein Red Snapper. Ah, da ist Louis. Bürgermeister Louis. Okay. Wie ich den fangen soll? Gehen wir morgen. Ach, guck mal hier. Zwei Stück sogar. Golden. Geil. Fällt mir an, ich müsste morgen das da anfangen zu pflanzen. Ach, Willi hat wahrscheinlich auch zu, oder? Ja. Ja, oder nicht? Geil. Können wir irgendwie hier... Können wir nicht mal irgendwie darüber reden, wie ich noch mehr Fische fangen kann, bessere Fische fangen kann, andere Fische fangen kann. Das hat verpasst. Ah. Ich pack dir diesmal. Komm, Red Snapper. Ah, ein Hering. Das bringt ja auch schon ein bisschen, aber irgendwie... Hat die Adventure-Guilde gleich auf? Weiß ich nicht. Können wir mal gucken gehen. Das ist ein Tag, wo ich nicht wissen werde, weil ich in die Folge schreibe. Und noch ein Hering. Ganz toll. Ja. Diese Drecksheringe, oder? Was sind das eigentlich für komische Dinger hier? Hm. Na ja. Hier vielleicht irgendwas Neues. Muss ja mal alles durchgucken. Na ja, kann ich auch alle verkaufen dann. Grüne Alge natürlich. Ohne Spaß, ich weiß... Wie soll ich denn den Red Snapper kriegen? Also ich kriege den irgendwie nicht. Ich möchte alles verarschen. Habe ich jetzt auch keinen Bock zu. Sieht aber schön weihnachtlich hier aus. Wo kriege ich denn das ver... Schissene Pale Ale her, ey. Ach. Wo kriege ich das denn? Habe ich einmal gesehen. Ich hätte es damals kaufen sollen. Hier Trüffelwilder einer Typ, ne? Und der andere Trüffelwilder ganz hervorragend. Ist das vielleicht hier? Ich luche gerade hier. Ne. Was kostet nochmal ein Haus-Upgrade? Ach ja, 50.000. Hihi. Ganz bestimmt. Hoffen, ihr hattet die Adventure-Skilde auf. Dann kann ich mal Glava-Katan hauen. Dann kann man die in Wüste gehen. Falls ich überhaupt noch Geld habe. Oder haben die Mittwochs auch geschlossen? Refresh? Ne, haben wir auf. Geil. Guten Tag, ich hätte gerne einen Lava-Katana. So. Damit können wir auf jeden Fall die Wüste gehen. Und gehen wir jetzt nach Hause, packen die Sachen weg. Und fahren die Wüste in die Miene. So einfach. Quarry. Nicht respawned. Das ist ja lame. Äh. Basta. Wie kann das da verschwinden? Da ist keine Blätter dran. Warte mal. Warte mal, die Miene ist fertig. Du kannst rein, du kannst rein, du kannst rein, du kannst rein, du kannst auch rein. Du, 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 du. Du auch. Und du. Dich nehmen wir halt. Ja, wir kommen schon mal hier rein. Äh. Versuchen. Vielleicht kommen wir mit dem Schwert hier mal besser durch. Guck mal, da sind die Schnee erst wieder. Eine Snow Jam. 500. Was passiert denn eigentlich, jetzt mal doof gefragt, wenn ich kein Geld für die Rückfahrt habe. Na ja. Hier kann ich auch mal so angeln gehen, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch Sandfische. Schauen wir mal die Scheiße hier. Ich hätte die Tür mitnehmen sollen, egal. Bei einem neuen Sperr fühle ich mich mutig, ey. Alter. Jawohl, ein Diamant natürlich. Was war das denn? Wo bist du denn? Aua. Kein Wasser war, aber der hat wieder gut reingehauen, ey. Gibt es jetzt auch einen Fahrstuhl? Eine Treppe. Ja, Sigi. Das kannst du vergessen. Tschüssi. Ansperren, ansperren, ansperren. Ganz vorsichtig. Zack. Dir gar nichts erst aufkommen lassen. Das funktioniert doch schon mal relativ gut. Was steht da? Kann ich das lesen? Ich bin ja so ein Arschlochvieh. Stirb, stirb, stirb. Wo ist denn das jetzt? Ich bin ja so ein Arschlochvieh. Ach, die kann ich nicht kaputt machen, ne? Ja, super. Wollt ihr da noch ein bisschen im Auge behalten? Da ist die Treppe. Sind wir jetzt hier? Eine Mumie. Ja, Sigi. Piss dich. Piss dich. Ach so. Jetzt steht die gleich wieder auf, oder was? Die dumme Sau. Ja, Sigi. Fick dich. Nein, das ist eine Alge. Ja, natürlich. Dann kann er nicht viel. Außer wieder aufstehen. Treppe. Treppe. Ich hätte ja echt die steilen Treppen mitnehmen sollen. Ich bin doch echt blöd dran. Ja, steigen. Ganz toll. Bleiben wir erstmal in einer wunderschönen Ecke hier unten. Ach, da ist nämlich gerade keiner. Dach ist ja gut. Fick dich. Fick dich. Aua. Fick dich nochmal. Essen. Ein bisschen Energie. Die Musik ist wieder geil. Alter. Cool. Jetzt musst du auch ein Safe System geben. Da schafft man noch niemals 25 Level. Vor allem nicht an einem Tag oder so. Das Treppe ist schon mal gut. Ich nehme noch den ganzen Rest hier mit. Da ist zum Beispiel noch ein Pilz. Siehst du, da ist nämlich noch Quarz und Kupfer. Eins. Na wow. Ich bin mal gespannt. Den lassen wir mal da drin. Neue Spelle ist echt gut. Ja, Sigi, zwei Mumien oder was? Ich muss verarschen. Wie soll ich das denn schaffen, bis auf einmal bei 25 durchzukommen? Ist aber ein Scherz. Irgendwo muss es doch mal einen Safe Spot geben. Umnige Ionen. Ja, schön. Nummer 2. Ja, geil. Gold auch ganz toll. Vor allem mit der Zeit ist das auch einfach nicht möglich. Aber doch. Ich verstehe gar nicht. Aber da müssen wir jetzt irgendwie bis Level 10 vordringen. Und dann gibt es die Safe Spots. Das wäre aber übel. Aber das wäre zumindest noch fair. Ein bisschen Energie. Ich verstehe gar nicht. Ja, fick dich. Fick dich. Fick dich. Ja. 32 Jahre. Ja, Sigi. Natürlich. Ich brauche euch mal sowas wie Rüstung. Und die Treppe. Und die Treppe. Ja. Jetzt komm schon. Ich habe echt Energie. 6 Levels. Was? Ja, natürlich. Was? Hier ist. Hier ist. Hier ist. Ich bin ja nicht raus. Hier ist. Hier ist es. ehrlich gesagt überhaupt nicht ich weiß es echt nicht wo soll er manche Löcher machen ok wenn da so ein Loch zwölf Stockwerke runterfällt ist natürlich geil ich freue mich, wie kommen wir da wieder hoch ich habe gar nicht ich glaube ich beende das jetzt mal, weil es mir lang sogar spät aber jetzt schützt ihn einfach das wird noch gleich, Moment Moment so naja wo die Treppe da ja, lief ok ach, kann man so fahren, ist schön ja jetzt habe ich den komischen Nadeln nicht mehr geguckt ja ja jetzt habe ich den komischen Nadeln nicht mehr geguckt ja oh da da Das war's. Bis zum nächsten Mal.